Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Aua! Wir stoßen uns den Kopf in Pitfall, die verlorene Expedition. Wie versprochen habe ich jetzt aufs Screenshell die Eispickel geholt. Jetzt muss ich kurz überlegen, es gab doch... Harry, bitte platziere deine Sprünge etwas gezielter, danke schön. Es gab hier doch irgendwo eine Stelle, wo ich die Eispickel benutzen konnte, oder? War das hier? Nee, hier war das nicht. Dann war das ein Raum weiter. Schwupp. Wir sind nicht Jesus, wir können nicht über das Wasser laufen, deswegen rennen wir nebendran. Oh Gott, der Affe, den habe ich ja voll vergessen, dass da ein Affe hängt. Ich bin noch ein kleines bisschen erkältet, deswegen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich mich hier gelegentlich ein bisschen räusper. Wir schnappen uns auf jeden Fall erstmal die Schlinge. Liegt da noch irgendwas? Was ist denn das? Da liegt doch noch irgendwas, oder ist das... Ah, es ist wahrscheinlich nur Deko. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit der Schlinge? Wir können mit Sicherheit die Wachen damit ausschalten, was ja schon mal sehr praktisch ist. Ach, gab es... Moment, ich meine, ich erinnere mich an was. Ach, da ist es ja. Ich wäre jetzt gerade wieder in den anderen Raum gerannt. Richtig, da gab es... Schwupp. Die Dinger. Ach, Piranhas. Natürlich Piranhas. Was denn sonst? Ansonsten ist es da eine Sackgasse. Ne, da waren nur die Fische drin gefangen gehalten. Alles klar. Dann auf... Komme ich da ganz optimistisch? Nein. Da komme ich nicht ganz... Auch nicht ganz pessimistisch und auch nicht ganz optimistisch rüber. So, Piranhas macht einen Abgang. Ne, da komme ich auch nicht weiter. Waren das die einzigen Tore, die sich damit geöffnet haben? Das hat sich nicht geöffnet. Ah, jetzt brauchen wir natürlich das Floß und gegebenen... Ups, das war falsch. Gegebenenfalls ein bisschen Heilung. Wir haben unsere Flasche auch noch nicht. Das ist jetzt suboptimal. Das ist eine Wendung der Geschehnisse, die ich gar nicht mag. Hier müssen wir uns kurz vorbeisneaken, weil da der Affe ist. Da ist hinter dem Affen ist auch nichts mehr versteckt, ne? Gut. Kann ich hier noch irgendwas? Wenn ich dem Ding in die Augen schieße zum Beispiel... Ne, da scheint es... nichts zu geben. Moment, es gab doch... Moment, ich... So kann ich nicht zielen. Und den habe ich nicht getroffen. Aber zum Glück hat er nicht gemerkt, dass gerade jemand auf ihn scharf geschossen hat. Ich erinnere mich jetzt aber auch an keine andere Stelle mehr, leider. Ach, schade. Das wäre ein sehr guter Schuss gewesen, wenn das geklappt hätte. Da komme ich auch nicht rein. Da ist ein Affe, vor dem habe ich... mehr Respekt tatsächlich als vor den Wachen. Das kriege ich nicht hin, liegt aber eher an meiner Kompetenz. Ich kann doch aber... Komme ich da... Ne, da komme ich nicht hoch. Ich gehe nochmal nach drinnen. Da habe ich mich ein bisschen sicherer gefühlt. Trotz Affen. Konnte ich da vielleicht... Ah, auf der anderen Seite ist... Doch, auf der anderen Seite ist auch... so ein Ding. Bringt das was, wenn ich da drauf schieße? Oder es hat die beide... Die scheinen es beide gleichzeitig aktiviert zu haben. Kann ich da tauchen? Ich meine, hier ist doch... Das sieht doch aus... Ne, da scheine ich nicht tauchen zu können. Dann gehe ich nochmal ganz kurz darüber. Aber ich habe ja das... Floß gar nicht. Ich bin so blöd. Ich habe das Floß. Sorry. Sorry, Freunde. Ich... Ich war der festen Überzeugung, das Floß nicht zu haben. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. So. Dann mal auf da durch. Wo kommen wir denn jetzt raus? Neues Gebiet. Nice. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Das heißt... Das war das falsche Item. Wir schalten jetzt erstmal Wachen aus. Uno. Komm her. Nein. Egal. Dann gehen wir halt ein bisschen näher ran. Zwei. Okay. Den hat's nicht umgenockt. Der war nicht voll aufgeladen. Okay, der war voll aufgeladen. Gute Sache. Kann ich übrigens nur empfehlen. Eure Schüsse aufzuladen. Also wäre ich nett, würde ich den jetzt hier drin noch auf so eine Krankenware legen. Aber der ist ja auch nicht nett zu mir. Von daher... Kommt der hier vorbei? Nein. Ah! Gott, warum hat der mich da gesehen? Der hätte mich da nicht sehen sollen. Sehr uncool. Sehr uncool. Ich war der festen Überzeugung, da sicher zu sein. Sorry. So viel dazu. Dann... gehen wir den ganzen Weg halt nochmal. Weil es so lustig war. Zack, zack, zack. Piranha, Piranha, Piranha. Aus, aus, aus. Böse, böse, böse. Schlauchboot, das ich ja tatsächlich und wirklich besitze. Und Runde Nummer zwei. Muss nur aufpassen. Ich hab halt wirklich nur noch drei Leben. Und stecke gerade etwas an einem Pfosten fest. Könnte aber auch daran liegen, dass ich der Pfosten bin. Ich treff den nicht. Aber ich muss den von hier abschießen, sonst... Anders... Was liegt denn da hinten? Die Fackel ist das, glaube ich, oder? Wenn ich den nicht von hier abschieße... Ich glaube, von jeder anderen Stelle kann der mich ertappen. Komm ran. Nice. Das müssten alle gewesen sein. Ach, da ist ein Affe. Ich bin... Oh. Das war gerade... Viel zu riskant. Ach, da läuft noch einer. Oh, das sind zu viele Gegner hier. Das tut mir leid, aber das gehe ich lieber vorsichtig an. Nein, das war zu... Ja. Erwischt. Gute Sache. Bei sowas gehe ich immer lieber auf Nummer sicher. Jetzt ganz riskant unter dem Affen durch. Hehe. So, was haben wir denn hier? Das ist wirklich die Fackel. Oder? Jawohl, ja. Das war falsch. Ich sagte, jawohl, ja. Wie mache ich jetzt hier den Shortcut auf? Einfach mit einem Hebel? Ja, einfach mit einem Hebel. Da ist der Hebel auch schon. Das stellt sich als einfacher heraus als gedacht. Schwupp. Wundervoll. Ach, der ist... Die Affen sind gerade echt schlimmer als die Wachen. Auch wenn die Wachen hier auch ziemliche Affen sind. Den hat's weggehauen. Ach, der Affe. Ich vergesse ihn immer. So, wo haben wir hier die Zündschnur? Oder muss ich mich da ein bisschen selbst... ...in Gefahr bringen? Ähm. Hallo? Dynamit? TNT? Eigentlich funktionierst du so, gell? Dass ich dich hier... Egal. Irgendwie... ...möchte das nicht. Kann das sein? Gab es noch... ...andere Stellen? Lass mich erst mal das hier genauer untersuchen. Hier haben wir auf jeden Fall TNT. Was ja eigentlich ein Indiz dafür ist, dass ich hier die Fackel benutzen muss. Die Frage ist nur, wo? Und warum kann ich das gerade nicht? Hallo, ich... ...wirbel wie wild mit der Fackel am Dynamit herum. Explodiere bitte. Wo könnte ich denn sonst noch die Fackel gebrauchen? Hier eher nicht. Hier gibt's ja nix. Da im Eck vielleicht... ...nein. Nö. Zweiten Raum vielleicht. Glaub ich aber eher auch nicht. Gab's hier irgendwas, was man anfackeln könnte? Da ist ein Hebel. Damit kann ich mir noch einen Shortcut öffnen. Das ist eine gute Sache. Ist da irgendwas dahinter? Aber ich sehe nichts, wo ich die Fackel gebrauchen könnte. Außer das Dynamit. Und beim Dynamit funktioniert das ja irgendwie nicht. Ich bin gerade etwas überfragt. Läuft der ganz vor? Oh. Wow. Zum Glück bin ich so gut im Zielen. Sind da irgendwo... Aha. Ich bin gerade leider etwas ratlos. Was ist das? Kann ich hier irgendwo was anzünden? In dem Raum, in dem ich die Fackel gefunden habe? Da ist noch... Wow. 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 Hier ist noch die Gasmaske. Das wusste ich natürlich. Hm. Es sieht aus wie die Resten eines Feuer. Ja, ich würde sagen hier, äh... Auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch. Zack. Zack, du bist ausgenockt. Das wird ja jetzt hier richtig zu Metal Gear. Hallo? Was ist denn mit dem los? Den kann ich anscheinend nicht treffen. Hä? Hä? Okay, das war seltsam. Den konnte ich irgendwie nicht angreifen. Dich lege ich mal ganz kurz um, einfach aus Prinzip. Und ich kann leider immer noch nicht einschätzen, wie weit die Reichweite von den Brüllaffen ist, ne? Aber anscheinend funktioniert es ja so, wie ich das gemacht habe. Was haben wir hier? Was war das? Ich glaube, das war das letzte Amulett. Kann das sein? Ne, was ist... Was ist das? Das ist genau dasselbe. So, hier haben wir auf jeden Fall die Flasche. Und Heilung. Was beides eine sehr gute Sache ist. Da hätten wir noch was. Weil jetzt kriegen wir hier gerade alles an den Kopf geworfen. Ähm. Gib mir die Artefacts. Well, well, well. The fool has grown a spine. Haha. Leave now. And perhaps I will spare your life. You've got it backwards, Sinclair. If you give them to me, I'll spare yours. If you harm me, my men will kill me. Wrong again. When I kill you, your men will follow me. Husska must have done this to Nicole's father when he figured out he wasn't the one. Okay, wir haben die Artefakte und wir haben alle unsere Items zurück. Das heißt, wir müssen quasi nur noch aus dem Lager rauskommen. Um Sinclair. Ah, nee. Dynamit fehlt noch. Aber da haben wir es. Und irgendeinen komischen Soundglitch haben wir gerade auch. Keine Ahnung. Äh, um Sinclair scheint es ja gerade nicht so gut zu stehen. Allerdings, äh, ist mir das ehrlich gesagt relativ egal. Dann würde ich sagen, versuchen wir in der nächsten Folge hier rauszukommen. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ihr alle lasst ein Däumchen nach oben da, würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.